Bist schon satt? Guck mal, ich habe hier eine wunderschöne Erdbeere, weil ab und an fress dir auch mal Erdbeeren. Nein? Nichts? Gut. Dann hier. Das sieht so toll aus, wenn ihr auf dem Ass sitzt mit dieser bunten roten Erdbeere. Das ist so schön. Aber da hatte ich nie ein Handy dabei oder so. Das war ja auch letztes vor letztes Jahr und so weiter. Aber das werden wir auch noch hinkriegen. Besonders wenn es wieder die wilden Erdbeeren gibt. Da steht die ja drauf. Die plündert ihr mir auch im Garten. Die Vögel auch. Und die Schnecken sowieso. Und ohne Schnecken keine Erdbeeren. Weil die schalten die aus und dann wächst wieder eine neue.